Wir sind hier im UFA Lab bei Mesh Collective. Ganz viele verschiedene YouTuber aus dem Wissensbereich sind hier aus ganz vielen Ecken Naturwissenschaft oder Politik oder Geschichte und so und wir haben uns überlegt, wie könnten wir dann noch mehr zusammenarbeiten, wie können wir für noch mehr Wissen bei YouTube sorgen. Man hat gemerkt, es haben alle Bock auf Wissenscontent. Tolle Leute mal zu sehen und das sollten wir öfter machen auf jeden Fall. Es wird einfach, es ist nicht langweilig geworden. Gleichzeitig war die Arbeit unfassbar produktiv, weil alles auf einer Wellenlänge sprang. Das Wochenende war spannend, aufregend, vor allem informativ. Wir haben eine Menge neue Konzepte entwickelt. Das war der Turbo. Und damit herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017